So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video sage ich, wie das nächste Monat, April 2018 halt, weiter geht bei meinem Hauptkanal Winterlandschaft. Als erstes möchte ich mal sagen, ich wünsche euch frohe Ostern 2018 für meine Abonnenten, für meine Zuschauer und für alle anderen, die halt meinem Kanal treu sind und die gerne vorbeischauen. Dann wünsche ich euch mal frohe Ostern und verbringt Ostern schön mit eurer Familie oder mit euren Freunden und lasst euch gut beschenken und viel Spaß bei der Ostereier-Suche oder der Geschenksuche. Und ja, wie geht es weiter bei meinem Kanal? Also ich hoffe, dass ich bis April die Theorie bei der Fahrschule mein Autoführerschein fertig habe. Und wenn das alles fertig ist, zumindest die Theorie, dann werde ich anfangen, die dritte Version von der Jailbreak-Map von CSGO, also Jailbreak-Putin-V3 zu arbeiten. Ich hoffe, dass ich die dritte Version bis spätestens der Fußball-WM in Russland fertig bringe, weil das wird dann ziemlich gut passen. Und ja, sonst werde ich noch einen Casino-Stream machen nächsten Monat wieder, wie immer pro Monat. Es wird einen geben und zwar am 2. April 2018 zwischen 17 und 20 Uhr. Dann setze ich wieder 25 Euro Passive-Card ein. Da werden wir sehen, ob wir 50 Euro und mehr schaffen oder ob wir wieder alles verlieren. Ihr könnt dann wieder live dabei sein, ihr könnt kommentieren und so weiter. Natürlich müsst ihr euch an Regeln halten, aber sonst könnt ihr alles live mitverfolgen. Ihr könnt auch mitentscheiden, welche Slots wir spielen, also ich spiele und welche Zahlen ich beim Roulette nehmen soll und bei Dreamcatcher. Auf jeden Fall, das wird es auch geben und es wird auch wieder Casino-Videos auch geben. Zwar nicht so viele, aber ich werde wieder an 10er auch PSF-Karte außertürlich einsetzen, weil man denkt, das ist jetzt auch nicht so viel und jetzt war ja dann Ostern quasi und dann kriege ich auch ein Geld wieder rein. Von daher ist es dann weniger ein Problem für mich. Werde ich wieder ein bisschen Roulette spielen, Dreamcatcher und so weiter. Und vielleicht sogar auch Blackjack diesmal. Und nichtsdestotrotz wird es auch wieder andere Let's Play Videos geben, zu CSGO natürlich und auch zu anderen Spielen, City Skylines und so. Wenn ich dann wieder mehr Zeit habe, dann kann ich mich da wieder quasi mehr austoben. Ja, und was gibt es noch zum sagen? Dann werde ich auch versuchen, mich an den Hearts of Iron 4 Mods heranzusetzen und auch an den Pokémon Rollenspiel. Und sonst, ja, gibt es eigentlich nichts was zum sagen, zumindest im April. Dann wünsche ich euch nochmal, wie gesagt, Freu Ostern. Verbringt es die Zeit schön. Wenn ihr Ferien habt, dann genießt sie. Na gut, das war's. Tschüss, liebe Leute. Tschüss, liebe Leute. Vielen Dank.